Links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, schicken wir euch im Zeug rum und labern. Annehmen! Oh nein, Endquest! Eindringlinge! Seit wann liess ich Questtexte? Völlig überbewertet. Definitiv völlig überbewertet. Tod und Glorie! Ich habe nichts lieb, wenn du überhaupt keine Skills hast, um irgendetwas zu drücken. Einfach nur rechtsklick hinzustehen und warten. Und wie ein Autolud schon wieder ausgeschaltet ist. So unglaublich. Nein! Den nicht! Why the fuck habe ich Minipads? Nein, ich bin ein bisschen wiege. Ich weiß nicht, warum ich von Anfang an nicht Minipads habe. Ich habe doch nur Dettikillen. Steingestalt! Oh cool, die haben es umdesignt. Voll cool! Macht viel mehr Sinn als vorher. Hau! Hack! Hau! Loot! Hau! Hack! Hau! Loot! Hau! 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 Weiterlauf, weiterlauf. Die scheisse NPCs killen wir mit den ganzen Questmobs. Die Puttos! Die Puttos! So, ich glaube das längst... Ja, 1 Mob killen wir noch der längst. Die Puttos! So, wir enden mal Frapsaufnahmen. In 3, 2, 1...